Aha, das sieht doch ein bisschen mehr nach Festland aus. Ich will da nur ein bisschen Kobalt und dafür brauche ich entweder eine Höhle oder eine Ablagerung. Das hier sieht irgendwie aus, als könnte es da hölig abgehen. Phosphor, im Moment bitte nicht. Kupfer, Kobalt in der Nähe. Wir gehen hin. Es ist warm, aber nicht so warm. Wir brauchen ja auch nicht so viel Kobalt. Oh Gott, ich bin lahm. Ich meine damit nicht den Ehrenwerten Philipp. So, das kann man aber auch immer. Ich brauche den Fortschritt. Es geht gar nicht mehr anders. Was ist das? Was ist das? Wieso? Ich dachte, hier wären keine. Oh Gott. Ist da auch wieder was kaputt, oder? Egal. Ich muss das nicht verstehen. Kobalt. So, Symba. Könntest du aufhören damit? Wie Inventar voll hat er jetzt... Was kann ich wegwerfen? Im Moment noch das Phäzium. Das brauche ich nicht. Hat er jetzt das Kobalt einfach so ins Nichts? Na toll. Weißt du, ich habe manchmal... Katze, bitte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren und du lässt mich nicht. Der ist ein bisschen sehr nervig gerade. Und das Star hat mich jetzt gerade auch ein bisschen aufgeregt. Und meine Katze hat nichts besseres vor, als immer genau da zu sein, wo ich hingucken muss. Und das, wo es jetzt doch gerade alles sehr schwierig ist, ich noch dazu so ein bisschen krank bin. Und ich... Ja, genau. Wir hätten hier genug Kobalt gehabt. Aber nein, er muss ja... Die Ausgelade... Die Ausgelade. Die Ausgelade. Die Ausgelade. ... Haut bitte ab, Mann, Mann, Mann Weil für einen Kampf mit Wächtern bin ich jetzt wirklich nicht bereit Es ist alles nur wegen dem kleinen Inventar Okay, das ist extrem sinnvoll Wir versuchen es nochmal Ja, genau, das ist also nichts Es ist anstrengend Und warum sind hier aggressive Wächter Wenn diese Kobaltsache jetzt nicht zugänglich wäre durch irgendwelchen Bewuchs Aber ne, ist in Ordnung So, lass es jetzt einfach mal genug sein Ich hab ihn Ich hab Lass mich raten Klar Ich hab ja gar keinen Platz Kann ich irgendwas wieder weg machen? Hm Das da Und, hab ich jetzt flüssig So eine Nein Nein Was ist das? Ah Okay, ich verstehe Ich muss tatsächlich den Kobalt und wieviel flüssig Sonne brauche ich Oh nein Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wieviel flüssig Sonne ich brauche Ähm Okay Wow Hilfe Könntest du mich bitte mal irgendwie so daraus wuchten, dass ich nicht wieder reinfalle So Was ist das da? Achso, das ist sowieso flüssig Sonne So, Schiff Ja Ja, das ist klar Ja, ne, ist super Haben wir hier irgendwo Natrium Ja Na gut, dann nehmen wir das halt eben Ja Lebenserhaltung Können wir das vielleicht mit Sauerstoff kurz mal aufladen Laden Ein bisschen, aber nicht viel Ich finde es gerade alles sehr anstrengend So, zack Zack Dann machen wir nochmal hier einmal Nahrung anbieten Dann laden wir Und dann versuchen wir irgendwie Müsste ja eigentlich ausreichend sein gleich Ja Ah, schon fertig, gut So Dann Nichts viel weg zum Raumschiff Was macht dann? Ich will mein Raumschiff Ich will zu meinem Raumschiff Na so nicht Oh mein Gott Das wird alles so knapp Haben wir irgendwo Sauerstoff? Ich finde es total toll Natrium Immerhin Komm schnell mal Ja Ja, Sauerstoff Darf ich vielleicht wieder mal Nichts Aber Natrium Ja, ich weiß Böse Pflanze wäre auch toll Aber nicht irgendwo Eine böse Pflanze Nein, haben wir nicht Oh Mann Oh Mann, ne Das ist tödlich Das können wir noch gar nicht machen Alter Fug, 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 fug Fug Es ist wirklich in der Nähe Es nützt mir aber nichts Oh Naja, es ist nicht viel So So Jetzt los zu Polo Was mit den Kreaturen Können wir einfach anders machen Wo ist mein Schiff? Dort ist es Hä? Ne 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 Ein ganz kleines Stückchen raus Schnappen uns El Anomalio Blöde Frage gerade mal Haben wir Exo, Exo Haben wir Die ganzen Sachen Ja, haben wir So Erstmal die Flüssig Sonne Abliefern Dann können wir Den Solarstrahl zerlegen Den brauchen wir nämlich nicht mehr Bin ich mir ganz sicher Bist du mir ganz sicher? Ich bin mir ganz sicher Und dann machen wir noch was ganz geiles Was ganz extrem geiles So Polo Darf ich dir das bitte geben? Ja Was kriege ich? Ein Erinnerungsfragment Sehr schön Was macht das? Was? Geologie Kanoneneinheit Ich brauche genau das nicht Werkzeug Also erstmal der muss weg Habe ich jetzt diese Sachen Wenigstens Das war doch Warte mal Glutspär will ich eigentlich auch nicht So Das da Weg Ähm Ich brauche keine Geologie Kanone Kann ich das verkaufen? Hilfe So Ich brauche jetzt Ah Ja Was kriege ich dafür? Aha Nochmal Warte Ja Ich muss den ersten Ankerpunkt erreichen Warte mal Warte mal Ich muss den ersten Ankerpunkt erreichen So, wir gehen jetzt noch was anderes machen. Und zwar, nein, das brauche ich eigentlich alles nicht. Ich glaube, wir nehmen uns nur das da. Ich mache es kurz mal da hin. Was ist das da? Ja, optisches Bohrerpaket haben wir ja sowieso schon. Was ist das da eigentlich? Ah, das können wir installieren. Oder? Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Da ist es. Vergleichen. Oh, guck mal, ihr... Nehmen. Zack, das ist es. So, dann kaufen wir uns endlich... So viel Nanit müssen wir schon haben. Warten wir auf mein Raumschiff. Wir sitzen da eigentlich mit, mit, mit... Ach, das müssen wir... Warte. Ne Drohnenabschirmung, was? Exo-Fahrzeug, nein, hier. Da. Ach, Gott sei Dank. Zack. Ja. Und? Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Aber das können wir ruhig all... Komm, machen wir doch. Zack. Ist doch okay. So. Wir kaufen uns... Das müsste eigentlich... Möglich sein. Wie viel habe ich? Ja, habe ich. Zack. Okay, das müssten wir eigentlich alles aus einem Kabelbaum machen können. So. So. Kabel müssen wir kaufen aber das können wir ja Geld haben wir ja so alter Schwede so jetzt gucke ich mal ob wir hier vielleicht zu unserem